Die Dauer der Dreharbeiten für einen Werbefilm sind wie das Format schon an und für sich sehr individuell. Also hier kann man sagen, dass es auf jeden Fall mindestens einen Tag dauert, eher länger, um da die ganzen Filmaufnahmen anzufertigen. Gerade wenn wir jetzt über optische Highlights wie Zeitraffer sprechen, die brauchen einfach Zeit in ihrer Erstellung. Das ist jetzt nichts, was irgendwie in ein paar Stunden erledigt wird. Und von der Gesamtprojektdauer her sollte man hier schon realistischerweise mal sechs Wochen einplanen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sechs Wochen tagtäglich an ihrem Projekt arbeiten. Aber wir müssen ja anfangs zusammen Ideen entwickeln, bis dann alles organisiert ist. Die Dreharbeiten sind unter Umständen so, dass da einfach viele verschiedene Akteure für benötigt werden. Also von da aus, von wirklich Start bis zum Ende sechs Wochen ist da eine realistische Zeitspanne. Wenn Sie es schneller brauchen, können wir auch das liefern, wenn Sie uns zügig zuarbeiten. Das ist dann einfach was, was wir da besprechen sollten.